Hallo und herzlich willkommen zu Eine Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast. Hier möchte ich Menschen dazu inspirieren, Bitcoin mit ins Portfolio zu nehmen, um finanziell unabhängig zu werden von Banken oder staatlichen Institutionen. Ein Bitcoin besteht aus 100 Millionen Satoshi und eine Million Satoshi sind daher ein Hundertstel Bitcoin. Du musst nicht einen ganzen Bitcoin kaufen, um finanziell unabhängig zu werden und die Kryptowährung zu verstehen. Auch ein kleiner Schritt, ein Hundertstel Bitcoin sind möglich. Doch warum solltest du überhaupt Bitcoin kaufen? Bitcoin ist doch total volatil und nur etwas für Spekulanten. Wo bleibt denn die unterstützende Community? Du möchtest ja auch kein Geld verlieren und vielleicht hast du auch gehört, dass Bitcoin sehr viel Energie braucht, auch technisch schwer zu verstehen ist, dass schon viele, sogar technisch versierte Menschen Bitcoin einmal verloren haben. Trotzdem willst du effektiv für dein Alter vorsorgen, finanziell unabhängig werden und etwas auch deinen Kindern weitergeben. Und das ist heute richtig schwer geworden. Das Eigenheim ist für eine Familie kaum noch leistbar, vor allem in oder um einer deutschen Großstadt. Die Bauzinsen sind einfach mittlerweile zu hoch und die Kaufpreise haben sich weit von dem Einkommen entwickelt. Welche Möglichkeiten gibt es denn sonst? Das Geld am Sparbuch wird entwertet durch die Inflation. Selbst bei einer Inflation von nur 3%, wo man denkt, das ist ja gar nicht viel jedes Jahr, bedeutet das, dass über 20 Jahre dein Geld nur noch halb so viel wert wird. Eine Altersvorsorge ist so kaum möglich. Und früher sichere Investmentprodukte wie zum Beispiel Anleihen sind auch nicht mehr denkbar, weil sie die Inflation kaum ausgleichen können. Einzig ein Investment an der Börse, breit gestreut, zum Beispiel ein Aktien-ETF, kann über lange Zeit diese Risiken ausgleichen. Wenn du so denkst, dann denkst du wohl so wie ich vor zwei Jahren. Ich arbeitete seit über zehn Jahren bei einem der größten IT-Konzernen und habe recht viel Geld sparen können. Dieses Geld habe ich langfristig investiert und wollte so für mein Alter vorsorgen. Ich habe sogar einen Finanzpodcast und einen Blog gestartet zu dem Thema, um anderen Menschen dabei zu helfen, für ihr Alter vorzusorgen. Mittlerweile bin ich finanziell unabhängig und selbstständig tätig. Irgendwann habe ich dann das Thema Bitcoin entdeckt und wollte mehr darüber berichten. Und nach einer Zeit habe ich dann verstanden, dass viele finanzielle Probleme und wirtschaftliche Probleme, ja sogar einige Probleme unserer Gesellschaft zurückzuführen sind auf ein kaputtes Geld. Ich war so begeistert, dass ich Bitcoin als Teil meines Portfolios mit aufgenommen habe. Auch du kannst lernen, Bitcoin zu verstehen. Deswegen habe ich hier diesen Podcast gestartet und auch den YouTube-Channel. Hier werde ich circa zweimal die Woche regelmäßig berichten über Bitcoin, werde Experten und Expertinnen mit einladen, auch Community-Mitglieder und diese Interviewen. Du siehst schon sehr, sehr viele Videos auf dem Channel oder in dem Podcast, die sich drehen rund um Bitcoin. Es gibt aber auch eine Telegram- und eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns unterstützend austauschen, um über Bitcoin zu sprechen. Und ich empfehle dir auch sehr stark, den Newsletter zu abonnieren. All das findest du in den Shownotes. Bitcoin ist bescheiden. Es ist nicht laut und wird nicht groß beworben. Man muss es entdecken und zwar nur dann, wenn man wirklich dazu bereit ist, wenn man offen ist für neue Eindrücke und Erfahrungen. Wenn du jetzt auch schon so weit bist, dann empfehle ich dir wirklich den ersten Schritt auch zu gehen und die eine Million Satoshi zu kaufen. In den Shownotes findest du auch noch einige Rabattcodes, wenn du deinen ersten Kauf tätigen möchtest. Aber Bitcoin steckt auch noch in den Kinderschuhen. Bitcoin ist für viele volatil, doch über die Zeit ist es langfristig das beste Investment gewesen. Daher ist es sinnvoll, Bitcoin lange zu halten und nicht kurzfristig zu kaufen und wieder zu verkaufen. Das bedeutet aber auch, dass man Kursrückschläge aushalten muss. Dafür habe ich auch noch ein Mentoring mitgenommen und biete es dir auch an, damit du wirklich auch das Warum verstehst und auch lange dabei bleiben kannst. Wer sein Warum kennt, der erträgt fast jedes Wie. Das kommt von Friedrich Nietzsche und das möchte ich gemeinsam mit dir entdecken. Dein Warum. Warum Bitcoin für dich so wertvoll sein kann. Wir stehen noch ganz am Anfang. Bitcoin ist der Beginn einer Finanzrevolution. Hin zu einer Eigenverantwortung für dich, für deine Familie und deine Kinder. Wir sparen wieder und haben langfristige Perspektiven. Das gibt uns Hoffnung. Ganz egal, wie hoch dein Anteil ist. Den Kurschisch. Ich bin ein Fest. Ich bin ein Fest. Vielen Dank.